Das Gebäude ist zunächst mein Elternhaus. Ich bin hier groß geworden mit meinen Brüdern. Ursprünglich stammt das Gebäude, so wird es datiert, aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben diesen ehemaligen Wirtschaftsteil, der ja früher als Stall, später als Ablagerum für viele Gegenstände genutzt wurde, für uns zu Wohnzwecken nutzbar gemacht. Wir sind jetzt froh über sehr viel Platz und sehr schöne Räume und fühlen uns recht wohl. Das war so das Ziel, man sollte immer zweimal hinschauen müssen, um zu sehen, aha, hier wurde ja was geändert, die Nutzung wurde eigentlich verändert. Aus einem ehemaligen Wirtschaftsteil, aus dem Stall, aus der Scheune entsteht jetzt Wohnraum. Das war so unser Anspruch. Ich denke wirklich sehr, sehr gerne an die Planungszeiten, auch an die Bauzeit zurück. Ich denke sehr gerne zurück an die äußerst gute Zusammenarbeit mit der Bauherrnschaft. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und es ist wirklich ein gelungenes Projekt, wie ich finde.